hallo ich dachte du würdest miauen hi miaaau so wir das video finden lassen so willkommen zum neuen part des besuches beim amerika hier mit mir den gamer-accounts und den miauenden so wie auf französisch ja er ist halb franzose halb franzose das hast du nicht wirklich gesagt oder dreiviertel franzose ganz er ist auf jeden Fall franzose wenn ihr ihn liked, dann machen wir irgendwann beim französischen Prater da werdet ihr und ist nichts verstehen deshalb machen wir nicht libanese so wir fangen jetzt mal an ich werde doch nicht noch reinfangen französisch reden fang mal an das versteht nämlich keiner so ja ok ja wir fangen jetzt an mit spielen und spielen weiter in dem abenteuer modus indem wir noch irgendwie fertig bekommen müssen sie sagt fertig hahaha 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 ja ich glaube ihr habt die wieder schon vermisst ne gibt es so eskaliert denn hier eigentlich schon wieder so so sieht man schon das daaa eckel oh my god eckel ja ja das sind richtige mobber diese greens ach wieso ach gott ich bin ja auch rund um das der titel heißt fsr 18 ff fuck ich fang mal schon mal an ff hh hh usse naaa ha 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 so ha 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 rekord eine sekunde ha 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 aaaaaaa ok nais nais Wir werden noch kurz warten, bis seine Lücke frei wird. Ja, er hat heute ne Mario Cap auf, ne? Falls das noch nicht aufgefallen ist. Er ist Mario Pro, wie man hier auch sieht. Er ist richtiger Pro. Steifelt. Alles nur ne Mario Cap, ne? Das ist das ganze Level mit diesem Scheißkreis. Du 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 du. Joa, ne, ähm, ist eh, eigentlich ist halt ich für ne lustige Relive Story, in Kategorie richtig unnötig und beinahe als Palmless, nämlich das, was er hier heute in der Schule erlebt hat. Nein. Doch. Das erzählst du nicht. Wieso nicht? Das interessiert dir die Abonnenten-Soft. Ja, genau. Ich träg's mal so aus. Ich glaube, das dürfen die nicht erfahren. Okay. Das dürfen die erfahren. Aber ich mein, die, die es fast erfahren hätten. Ja, die werden es doch nicht erfahren. Hoffentlich. Ne, aber wisst ihr, ähm, kennt ihr das, wenn ihr, ähm, so ein YouTube-Sendel habt, irgendwer das Spasten das erfahren und dann das frühlöse Vorstagen und beinahe, sagen wir uns doch mal die Scheiße an. Ihr kennt es nicht, weil ihr kein so geile YouTuber-Seite ist. Aber wer hat die so ein geile YouTuber-Seite? Wollte es gerne. Warte, schau mal, das versuche ich nochmal. Wie du bitte. 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 Wie bitte. Was war denn das hier jetzt? Ich, ich, ich. Da hat das gerade den nächsten paar. Oh ja, das war die Speedtron hier. Du bist echt geil, ein Beat-Me-Level. Schön, dass du das gerade eben gesagt hast. Du bist gerade echt geil. Dann sterbe ich. Das war auf dieses, der Sterben besogen und war ironisch gemacht. Mein T-Shirt, das Cape ist in grün. Hä, weil du ein rotes T-Shirt an hast? Ach so. Weil du meinst, dass ich da so ein bisschen, ähm. Ja, schau mal. Das ist dieses komische Gelb-Grün. Was wird aus Gelb und Rot? Wenn man die Farben zusammen ist. Orange. Ach so was. Ja, hab ich schnell ausgegrün, ja? Die Kameras Farben glänzt, so. Wusstest du, dass 21stel der Menschheit Farben glänzt? Wusstest du, dass eine, das ist, wo es war zu weit guckende Leute eine Brille gibt, dass die, die da Farben sehen können? Ja, ohne Side-Set. Die haben so besondere Kontaktlinsen. Wir erzählen unnötige Scheiße. Die es möglich machen. Vielleicht gibt es auch die Youtube-Videos, so. Warte, so kann man Linsen fahren. Ein 80-jähriger Mann, der sieht zum ersten Mal Farbeck oder so. Also die Dinger sind ja erst hier AIDS pur, ne? Das fängt wieder an. Ja. Aber ist auch so. Die sind mindestens genauso heftlich und anstrengend. Okay, man macht sowas, was eigenes ist lustig. Aber, eigenes. Oh, noch mehr von diesen Gestalten. Die vermehren dich ja noch so mal wie Windpocken. Speed, Speed, Speed! Ah, das war zu geplant. Ja, weil dort... Ja, du musst es halt genau im richtigen Moment abpassen. Ich glaube, ich habe zu viel Minecraft gespielt. Kommt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Thumbnails so findet. Die was? Die Thumbnails. Mit den schönen Facecam einschnitten. Oh ne, das gefällt mir nicht. Ich habe auch die Swiss-Sauer gefällt. Komm, jetzt hier ist Stern. Ich glaube, ich schreibe das als schönes Kommentar. Nein! Das ist aber kein Stern hier. Zum Beispiel das von... von Mittwoch. Das war scheiße. Ich nehme die Kritik gerne an. Und wenn du es nochmal nimmst, dann drehe ich dich hoch. Nee, ich nehme jetzt mal ein neues. Aber Kritik ist mit so wie großen Firmen. Ich höre meine Dacke-Trick zu. Aber es hat Bessermissnis. Ich habe keine Ahnung, was ich da hinten hinten übrigens so rummobbt. Okay, brauche ich zwei. Das wird eine Technologie auch nicht besser. Morba. In der Tat. Ich habe halt SK ein paar Wieso das hier so. Der Westflügel ist bald ganz fertig. Aber egal. Das ist cool. Dann machen wir einfach weiter Aufträge. Soll ich das nächste Level machen oder was willst du noch? Ach, ne. Ich spiele ab hier 200% durch. Ne, hier. Ich wollte nur noch dein ausprobieren. Erste O-Bahn geschafft bauen. Ist wichtig. Ja, I believe you. Prost. Beste Späti. Ja, zwei neue Aufträge. Ja, zwölf. Ne, meinst du. Aaaaah. Rückpralligen Lifts in... Boi. Okay, das zeigen wir, wo der Hammer hängt. So sieht es aus. Daraus hängt eine Wage. Ist dir hauptgefallen, dass wir diesen Witz in das Video haben? Ich habe ja der Stunt doch da mit dem Hammer. Oh nein. LOL, da ist ein Piezen hier, Mann. Ist ja Bums das. Nein, das geht nicht. Also. Das ist Mario. Ja, der hat auch Bedürfnisse. Hallo. Nein. Schon den ganzen Tag regt er mich auf. Ja, hast du mit? Erstens kommt er nicht in die Schule. Ich war krank. Ja, er war krank. Ich hatte heute Sport, ja? Also, wir drehen am Donnerstag. Nur für euch zu wissen. Das passt auch. Hallo. Junge, wenn der Lehrer den Sport hat, das heute bin ich am Arsch. Du weißt wieso. Ich war wirklich krank. Was mache ich denn hier, Alter? Die, 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 die... Du hörst auf Sachen rumzuspielen, ja? Ich hummel ja auch nicht hier bei deinen Sachen rum, ja? Also, vermisst du auch nicht an Mainz Sachen rum. Was passiert, wenn man dort drückt? Einfach nix drücken. Bist du dir sicher nicht, dass wir auch... Sag mal, was ist denn das hier? Ich hüpfte halt hoch, aber da hüpft immer drauf. Bist du dir sicher, dass wir überhaupt aufnehmen? Junge, das sind doch die Aufnahme, neun Minuten. Also. Da, die Aufnahmeknopf, da ist lila. Ah. Aber es hat doch mal ein Feld, das wir ja nicht aufgenommen haben. Ja, ist klar. Alter, ich glaube, das ist doch AIDS pur. Schnell noch ein Game Over als ich. Ich mach's jetzt ja anders. Seht ihr? Was? Wie lief dein Tag, David? Oh yeah. Das kann man doch ausschneiden oder? Ne, also ich könnte ja. Aber ich mach's nicht. Warum nicht? Um dich zu merken, wer mach ich es? Ich bin zu faul, genau. Was habe ich denn heute bei dir schönes gemacht? Sollen wir es denen sagen? Da hat mir mal Hausaufgaben geholfen. Geholfen seinem Anführungsstrichen. So, also, let's go back to level here. Ja, ich glaube echt nicht, dass Frau Schmidt uns, wir haben uns schon unsere Videos anschauen. Ja, er ist Hund, siehlein. Und dann auch die Spanischlehrerin, die David, ja, ähm, jetzt ist gut, komm, so. Konzentriere dich, dass du hier keinen Film abbaust. Ja, also ich halte das jetzt in die Zeit ungünstig, weil du jetzt hier alles auf die Rüben bekommst. Oder auch nicht, weil du gut bist. So wie in Französisch? Ja, du bist aber auch halb Franzose. Oder ganz Franzose. Ganz Franzose. Okay, 99% Franzose. 100% Franzose. Das kannst du erst gut Deutsch pressen. Ja. 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 Er ist halt wieder ein guter aufgewachsen, überhaupt so ist. Sonst wäre es unmöglich, dass du die Beidesbrachen so gut jassen kannst. Was denn? Hä? Was denn? Ja, das ist, das ist, wie diese Kinder, die einfach immer das Beidesbrachen direkt seit Geburt können, also lernen. War das mal voll im Vorteil. Weil mein Kind auch immer das Beidesbrachen erzielen. Und hol dir doch aus den Bums. Was? Mann, die hat hol dir den ins Kost. Ich hab auch bitte auf Bumsen zu sagen. Ich hab... Nein. Schon den ganzen Tag sagst du nicht. Nein, 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 nein. Ich hab gesagt, hol dir den Bums. Das ist was anderes, ja? Das ist nichts, das ist nichts mit... Okay, ich sag was anderes. Ah, hol dir das Teil. Das schlimmste Video ever. Nö, das war aus dem Längst vorbei. Welches? Willst du nicht wissen? Hol dir halt den Bums ab und ver... Das ist deine Schuld. Deine. Wieso meine? Wieso meine das du heute, hä? Wieso meine? Wenn du gesagt hast, hol ihn dir ab. Was passiert, wenn man so bleibt? Ich mach's gar nicht grad, oder wie? Du bist jetzt halt verrecken. Dachtest du? Diesmal bekomm ich dich. Diesmal... How to Trigger-san. Ich glaub echt nicht, dass du wieder den Kanal anschauen. Nee, der hat besseres zu tun. Auf allem, wenn du das mit ihm allokaten. Wie zum Beispiel den 30 Minuten Lauf heute, wo du nicht mitgemacht hast. Der hättest du eher einen Test dafür gehabt. Aber, ey, ich war im Ernst. Wir dürfen echt nicht so viel Schulzeugs hier, weil das kann jeder sehen hier im Netz, ja? Ich tue da immer eine strikte Linie. Ich tue kaum was über Schule hier labern. Und das, wie die Namen von der Renant haben, können wir erst Probleme bekommen, ne? Also deshalb ist jetzt gut, ja? Okay, wenn das Video on kommt, ich sitze in drei Tage vorbei, und der wird's nicht mehr dre... Ja, aber trotzdem. Stell dir vor, der begrüßt mich dann so am Anfang der Stunde. Hallo Gamma-Kaufs oder so. Das war der erste Krinz pur. Da würde er mich schon mal... Kann mich doch eh schon nicht freuen. Ja, weißt du, das ist halt der Moment, wo einfach... an der Seite einen YouTube-Satellen entdeckt. Das ist halt wirklich, äh... sehr kritisch, ja? Weil das dann so fremd zu haben, weil man denkt nur so, ah, nee, das muss das nicht sein. Aber auf der anderen Seite wieso nicht? Ich meine, wenn man keinen Grund, dass uns dieser scheiße Palmnis ist. Ne, Nils? Äh, fuck. Okay, die Style-Satellen ist raus. Ne, Sun? Kann gut. Schnitt! Ja. Das kannst du doch auch schnellen, oder? Ja. Wenn ich sie nicht vergesse. Aber, ich vergesse es nicht. Wenn du jetzt noch verreckst, ne, dann... Das ist... Wow! Sun, das hast du gut gemacht. Oh yeah, Mario-Time! Das... Ey, don't... Ich hab die eh abgehalten. Hm, hm. Das ist traurig, ne? So, gut. So läuft die Maus. Okay, voll krass. Somatiko 5000. So, Meister ist jetzt... Krabser weg hiervon. Meister des Baumkletterns. Ah ja, ich bin immer gut auf... Bäume zu klettern. Okay, wir hören jetzt auf, Scheiße zu machen. Ey, mach dir gar nichts. Das heißt, wenn man's Steam-Deck hier... Hä? Dafür kann ich dich... Hallo! Oh, Junge, das ist der... Ich trau's schon eng. Jetzt hast du hier Aufnahmen ge... Nee, hast du nicht mal dein Glück, ey, ja. Einfach nicht anfassen, ja? Sonst machst du... Ja, das hätten wir wenigstens Video. Sonst machst du nur Scheiße, ja. Das schlimmste Video ever. Oh Gott, wir müssen wir auf alle Bäume hoch. Aber es find ich Hellens geil. Und ich mag's so D-Vals-Style. Und diese... Diese Dinger, das sind richtige Bully-Dinger. Die sind richtig fett. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. So sehr schlau ihn anzugreifen. Alter, diese fette Biene da im Vordergrund. Alter. Junge. Das Level ist ja scheiße einfach. Aber Kopf hoch. Wie du siehst... Ähm... Ja, das ist ein Level für Noobs. Wenn du es jetzt nicht verschaffst. Du musst es verschaffen. Ich warte, hab sie auf mich dazu. Ich darf das, ne? Ich darf das... Ich darf das. Ey, liebe. Kratzen mich. Geile Level. Ist hier jetzt schon, Legit pur. Aber es ist hier auch schon aufgefallen, dass der Westflügel hier glasfertig ist. Und das wir jetzt nur noch ein paar pro Tag bringen, der dafür aber ein bisschen länger geht. Ist einfach besser. Oben unten Mario und die Bulaken. Was? Oben unten? Oh nein. Oben unten Mario. Das war dieses... Das ist kritisch. Oh nein. Natürlich ist es das. Was hast du gedacht? Warum bist du nicht durch das Rohr? Da kann man nichts rein. Natürlich kann man da rein. Lass mich. Ich spring jetzt drauf. Okay. Okay, fuck, du hast den Rest. Ja, viel geiler. Achso. In der Tat. Da röpst er ja einfach mal. In meinem Video. Oh yeah. Dieses Video sollte gestrichen werden. Was sind wir denn hier? Hä? Ich bin nicht zu Hause. Ja, maue. Hä? Das schlimmste. Ich glaube, du nennst den Bart auch hier. Das schlimmste Mario Maker Part ever. So. Oh nein, wenn du es jetzt echt anschauen. Ich muss es so nach unten Sprung machen, ne? Geht der überhaupt? Nein, du musst zurückgehen durch das Rohr und danach machst du und dann kannst du zurückgehen. Ich glaube, hier wird es fokussiert. Das ist alles still. Ich bin draufgekommen. Nichts alle. Ja, wir geben ihm alle natürlich ein IQ von 150. Was? Ich schaue ihn mit meinen zwei großen Augen an. Ich schaue ihn mit meinen zwei großen Augen an. Ich schaue ihn mit meinen zwei großen Augen an. Meine Haare. Sehr gut in dem Spiel, ne? Ich hoffe, ihr seid nicht blind geworden von meinen Haaren. Nee, das war doch von der Face. Aaaaaah! So. Jetzt die Möglichkeit. Ohne hier dumm zu verrecken. Danke. Bitte. Ah. Hä? Aaaaaah! Ich... Dammit, ich kapier. Die Crew 150. Wiederhol. So. Die gehen da nicht dort los, oder gut? Heide, wo es geht. So. Das ist die Idee von den Devils, wenn der Stombas gesagt Eigenes ist funny. Funny, falsch. Joa. Äh, what, 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 what now? Zurück, ne? Ne. Was, ne? Vorne ins, ähm, ins... Da, da reinspringen. Wo? Ja, da. Hier, siehst du nicht, dort. In das Loch. Das ist abgerunnt, du Spaß. Du schickst das nicht. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ja. Wusstest du's nicht? Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte. Hörst du halt einfach da. Ich kann's mir nicht mehr anschauen. Trink ein, ein, trink ein paar Schlücke Spezi. Ich bin sehr gut, ne, heute. So, wie du deinen französischen Fahrt gemacht hast. Ich mach dich tot. Alles gut. Die schauen die an. Die haben die, die haben die Animation geändert. Schau, schau mal, wenn man das hoch macht, dann geht das so runter. Wenn man das so runter, dann schaut so hoch. Die haben das extra geändert. Nicht leicht. Die haben das geändert, nur. Ja, ist, 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 weil umgekehrt, ja. So weit kann ich noch mitdenken. Echt? Ja. Tatsächlich. Was würde passieren, wenn du das so machen würdest, während das Ding da so in der Mitte drin ist? Dann würde die Erd-Explosion. In der Tat. Ich seh jetzt schon alles voll legat hier. Ja, dieses Video sollte gelöscht werden. Ich glaube, ich soll den Titel so irgendwie lernen. Ich lüfte das Super Mario Maker Video. Mach ruhig ganz viele Dislikes auf dieses Video. Ganz viele Dislikes. Äh. Dann, dann verhalten wir uns für das nächste Video wieder ganz normal. Okay? In dem Video, wo du dabei wirst, ist das nie ganz normal. You know? So bei den Ersten, da haben wir, waren wir so. Ja, da warst du noch normal. Ich? Was? Ich will gleich die Schuld auf mich. Du hast es angefangen, rum zu rübsen. Das stimmt. Jetzt geht doch dein Minderholz. Oh Mann. Also, er ist ein Missivfalljahr mit Mimimi. Ich kann mich nicht mehr ansehen. Wir sind dabei, das war so, Brose. Okay, der Mann ist da. Wir werden jetzt gestört werden. Das ist doch so, ne? Sonst, wie geht's dir heute? Gut. Darf ich dich nicht mal fragen, ohne dass du komisch bist? Nein, ich komme. Mir geht's dir gut. Also, jetzt. In dem Moment. Glaubst du, man kann auch diese On-Off-Dinger in, in seinen Levels benutzen? Ja. Zu bauen. Geh. Ja, wir bauen bald auch unsere ersten Levels. Wir bauen bald unsere, ein cooles Level zu weit. Sobald wir in Stryker. Stryker, in der Hoffnung, dass ihr auch shit gespeicert wird. Are you bullying me? I can't believe you're dumbies. Muss ich noch mal schauen, falls irgendwer Pile-Up wie die Klaus-Beißerung funktioniert, bitte ab damit in die Kommis. Äh, dann werde ich mich nochmal durchlesen. Das ist doch eh offen. Wäre es dufte. Ja, ich lege mir immerhin das durch. Aber bei manchen beantworte ich nicht, wenn ich von einem gewissen Sun komm. Sange Sun 32. Und so weiß ich nur auf Minecraft. Weißt du, warum ich nur so auf Minecraft heiße? Weil es den anderen Namen nicht gab. Es gab entweder Shan ganz normal, oder 32 Shan wie ich so auf YouTube heiße. Nein, es gab nur noch richtig beschissene Namen, wie zum Beispiel Jungle Chan 32, deswegen heißt ich Jungle Chan 32 bei Minecraft. Aber Jungle Chan ist nicht generell, wie kommst du darauf? Hat das irgendeinen? Keine Ahnung, nein, weil mein erstes Rinder war so okay. Ah, okay. Okay. So. Ja, ich hab Fragen über Fragen, du musst das fette Ding da töten und dann da müsstest du durchbringen. Ach. Ja, einfach da jetzt so, oh nein, aber du bei ein... So? Ja! So? Nee! Ich glaub, ich hab verstanden, wie das geht. Jetzt. Erst. Ah! Er ist wieder da. Hilfe. Er ist wieder da. Er ist wieder da. Er müsste da so dran lunzen. Der geht da nur hinten lang. Nein, geht der nicht. Sehste. Sicher? Ich komm mal. Schau mal, schau mal. Sehr gut! Ich weiß! Ja! Mh, wir haben mich gesmilt. Geh. Er, halt mal! Du musst doch hier noch irgendwas... Ah, lol. Das ist lol. ich muss dann ihre haare wir gehen lieber auf nummer 6 eine party setzt uns 27 minuten lang ist deine schuld weil du so schlecht sagt er sagt nur vom video ich glaube bei allen ich sehe noch keine meiste vom himmel gefallen wer hat das speedrun level geschafft ja du wieso oder was ist war ich das nicht blockiert wir haben nur noch 100 sekunden du hast nur 90 sekunden du musst da in die gargeln 90 sekunden speedrun ja ja so ich bin komisch deswegen so da mache ich das ende damit er sich ein bisschen aufregen kann du kannst nicht mal eine tolle verabschiedung natürlich kann ich so und der westrügeltor ist fertig oh mein gott wir haben jetzt schon die hälfte durch schlosses gebaut oh mein gott und von france kennst du es nicht ne du schaust eh kein du müsstest erst hier im fall übernachten dann könnten wir den ganzen boomsee fertig machen aber du kannst doch da nicht so liebe leute ich hoffe das video hat euch gefallen wenn ja macht ein dislike für dieses scheiß video das war echt ein scheiß video wir sehen uns bald ciao und ciao das musste noch gehen